Vor allem in Russland. Ja. Also, alles was rechtes, aber... Mann. Die ganze Welt verliebt im Chaos. Was? Ja, gut. Wer ist jetzt verwundet, das darf sein, aber er ist nicht gestorben. Sehr gut. Unauffällig. Was macht das denn? Wow, geil. Mehr Deckungswertung. Und? Peaches. Er ist hier vier Felder nähert. Weltpost wird nicht benötigt. Ja, das ist auch total illbar. Okay. Aufgezeichnete Arbeit, Commander. An einem lebenden Alien können wir viel mehr Experimente vornehmen als an einem toten Exemplar. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Nächstes Einlag fertig. Nächstes Einlag. Ah! Fatelliten hätte potenziell nicht sehr gut. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Habe ich nur noch Fatelliten? Gerade keinen. Ich muss hier irgendwie was tun. Eins, zwei, drei. Ich brauche... Ich brauche jetzt einfach mal richtig, richtig viel Kohlen. Lass uns jetzt mal... Erstmal eins am anderen. 22 Juni kriege ich immer wieder Kohle, aber... Es dauert auch ewig, bis die Scheiß-Atheliten gebaut sind. Ich muss... also auf dem Schwarzen noch mal ein paar Zeug, ein bisschen Zeug verkloppen. E-Legion. Ne, die brauche ich für die... Davon verkaufe ich mal ein paar... Töne... ... ... ... ... mit mir nichts was wenn wir für den brauchst du einfach dann kann ich die ist die biete bisher bewachen ich kann da hätte ich die Panik zu bringen und die bringen mir Kohle so gesehen auch nicht immer 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 ich war ja jetzt noch mal ok unsere Satelliten sind bereit und startklar auf ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen die Lieten starten, jetzt kann ich hier 10 starten, das ist ziemlich geil also was so wie Kanadakrieg und Satelliten ach ich hab jetzt zwei Stück was ist denn jetzt in den Afrikakrieg ein 18 im Monat, 100 100 dann Satelliten gestartet so die starten ja noch mal einen glaub ich innen haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns man braucht Mumm um sich zu einem Ding zu stellen man braucht Mumm um sich zu einem Ding zu stellen dann greife ich die Alien-Base an dann greife ich die Alien-Base an ich war das bis der Monat fertig ist und dann greife ich die Alien-Base an ich speichere einfach davor dann kann ich, wenn es doch nochmal abschützen soll dann habe ich keinen Nachteil daraus was was Skyranger warum kann ich ihm die coolsten Dinge hinschicken die Jooste ist dabei J Zwei davon bin ich unnötig Troyes wird auch schon dabei oder was schwer Okay, die habe ich dabei. Ja, das ist dann eine vernünftige Runde hier. Mal starten. Ah, ich bin überzeugt, wo mein Scouting-Roboter hier ist. Rauf da. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gießen sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Was ist denn da los? Was ist denn da noch Frauen, ey? Das ist schwierig, sassistisch. Nicht, wer Captain Sixty-Store ist dabei. Oder Major oder was jetzt ist. Puh. Mein Mann, Mann. Was darf es denn sein? Ah, okay, ich bin wieder. Vielleicht habe ich die Mission schon mal aufgenommen, aber ich... Hier sind so Teamisten, die ich ranpickt, anderen sind gerettet. Das sind die Feuerfreigarde bei Feindkontakt. Und passen Sie aber einfach hin. Es sind Zivilisten vor Ort. Ja. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Scouting-Gott? Was hieß die? Ach, das Ding ist einfach nur amazing, ey. Oh Gott, die Scheißviecher. Diese Scheißviecher. Ja, gestern habe ich auch nicht aufgenommen, weil er die Aufnahme gebackt hat. Das sind die Scheißviecher. Die machen einfach alles sofort tot. Ah, okay. Ja, schieß mal. Führst du einen? Jo. Mach ihn kalt. Sehr gut. Einen platt. Sehr, sehr schön. Sie kann nur nach Kampf entgehen, aber die machen so viel Schaden, ey. Das geht auf keine Kuhhaut. Jo. Indirektes Vorhinein. Ich sage es euch, Leute. Wieder mal. Und jetzt, wenn du noch eine Protektreffer schorst, findest du mehr, ne? Schön mal hier schmal mit den Schaden verteilt. Da ist der eine, da waren noch drei. Okay. Rennen und schießen. Rennen und schießen. Du kannst hier hin. Machst du jetzt hier Katzenmacher? Du rennst hier hin. Also wenn es denn mit 4 HP vorkommt, kann ich den vielleicht damit umratzen. Okay. Mal gucken. Geil, die Scheißviecher sind so eklig. Oh nein! Die greifen die Scheiß Zivilisten. Oh nein! Und die sind die Killerscheiben. Nein, nicht noch ein. Oh jass! Aber genau das macht er auch mit meinen gepanzerten Soldaten. Das ist das Problem. Ich verstehe. Ich soll mich hier dazu drängen, aggressiv vorzugehen. Was wiederum meine Verluste kosten wird. Ach, Mann. Mach den Penner platt. Da, könntest du? Da, könntest du? Ah, oh. Oh, da haben wir die Trefferschance bei den anderen. Das ist, glaube ich, deutlich besser. Schießt man auf den? Was? Mann, der hat doch wieder B. Ah, nee, der 3. Aber du verwirrst es eh. Ja, Mann. Das ist der Rescue Bot. Rescue Bot 3000. Das schützt ein 2 zu 2. Jetzt fange ich gleich an wild, um mich zu schießen. Womit ist die Frage? Mann, du bist eh nicht so. Das ist Gobe. Ach fuck, dann ziehst du hier keinen. Richtig beschissen. Dann zieh hin. Du musst jetzt einen umknallen. Komm hier. Es mag unwissenschaftlich sein. Sehr gut. Targeter. Jetzt sind zerstört. So, und die da hinten. Und die sind eh richtig, 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 richtig scheiße. Ja. Schießt eine Granate. Eine Rakete auf den Latz. Schrednerrakete. Schade, weil andere hinten die Scheibe mit 16 Lebenspunkten. Nicht schon zäh genug. Oh fuck, ich hab der Tillisten getötet. Es mag unwissenschaftlich klingen, aber der Wiss hat ihn anscheinend in einen Zombie verwandelt. Ah ja. Oh nein. Ey, das fieh ich, ey. Boah. Na schön, jetzt rück ich mir die ganze Karte nach. Nein, töte die nicht. Yes. Nein, toll, töte sie nicht den Zivilisten, oder was? Alter, was ist das für eine Mission? Na toll. Nein. Ach so, ja, gut. Und die Vorwirkung, okay. Ja. Ja, bitte. Mach das Ding kaputt, ey. Sechs. Sechs Schaden finde ich gut. So. Wie ich es dir zufällig so will. Ich habe hier noch eine Rakete. Ach, gute Scheibe kriege ich nicht, diese Scheibe. Egal. Hauptsache jetzt gute Gegner. Ah, zweifel einen Streich, sehr gut. Bitte macht ihn nicht teil. Ja. Ja. Sehr gut. Ah, das kann man wie machen. aber ja, eigentlich kriege ich nicht einen Ecke pusten sehr gut da riss dir mal vor, ich habe schon 50 bis zum Lorn, ich muss mir ein paar retten fuck, fuck, fuck dann werden dir nicht weniger Gegner nein, ey, es ist total scheiß Wichser sehr schön, der Alte geht ab, man wow, was, neun Schaden? echt jetzt? okay, 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 okay erst mal du hier rennst mal da hin dann machst du mal eine geschmeidige Mundversorgung geh wieder raus oh, sehr schön präzisionsschuss schön auf die Entfernung hinweg erledigt negativ waffe leer sehr schön noch keine Patronen mehr gut, muss das wohl so sein ziel, ausgeschaltet, sehr gut die Hälfte der Leute sind schon durch die Hälfte der Alte momentan siehts einfach besser aus für die Aliens nun Ah ja, und.